ah ja servus moin youtube was geht hier so xeno wir haben es eine weile nicht gesehen und jetzt gibt es aber wieder content denn es gibt ganz viel zu öffnen wir haben über 350 booster zu öffnen und die community hat eingekauft ich bin mittlerweile reseller habe dafür immer den besten preis ja das letzte preis und wenn ihr was haben wollt meldet euch bei mir jetzt öffnen wir vier precons die sample packs und reduzieren so ein bisschen den papier müll und auch noch ein set display alles für den guten dudu ducky bester mann ehrenmann freund des finanzamt kleiner witz aus dem stream so dann fangen wir einfach mal an die die pappe zu reduzieren fangen wir mal an so einmal mehr volk deck pappe reduzieren let's go wenn ihr auch mal hier ein precon haben wollt einfach melden dann kriegt ihr das genauso zugeschickt wie der gute ducky nämlich auf diese auf diese art ihr kriegt einfach diese box und dann liegt das meervolk deck da drin und dann ist auch gut so das ist das meervolk deck von ducky hier haben wir müll der geht dann wieder rein und in meinem mobilen mülleimer aber hier haben wir noch was vom ducky gucken wir mal was haben wir denn für den guten dudu ducky irgendein borderless ich hab ja nur ein bisschen schmutz gezogen muss man sagen ne bei meinen bei meinen vier war nur schmutz drin wir gucken mal ob dudu ducky hier ein bisschen mehr erfolg hat daumen sind gedrückt für dudu ducky was ist in deinem sample pack the rest is prairie ein land im full art und dahinter liegt normal ein kusel mal mit expa exemplar mal amit mal amit mit in dem name ist mit enthalten muss gut sein so deine beiden collector beispiel karten haben wir mal direkt in den schlief die comments die ankommen haben wir alle am ende in einen schlief rein die rares landen so drin so dann gehen wir mal zu deinen ahoy piraten länder sind nicht der gold absolute win aber man kann den wenigsten gebrauchen man kann die immer gebrauchen das stimmt so öffnen wir mal deine piraten ich glaube ich klicken wir mal ein bisschen beiseite und holt mal das gute deck daraus haben wir hier ein deck und das ist wieder müll show dann machen wir das mal da haben wir auch schon wieder alles am start den lebenspunkte zähler also erfahrene spieler haben davon einige also unendlich viele und erfahrene spieler benutzen spin downs so dein deck landet da drin dann haben wir schon mal dein piraten deck abgefrühstückt vom guten dudu ducky und mal gucken was in diesem sample pack für dich am start ist daumen sind gedrückt irgendwas schickes es gibt ja auch karten wenn du die hittest einfach mal alle also alle displays oder hier alle decks wieder drin gibt ja alles mögliche die daumen sind gedrückt und du hittest ein magmatic galleon und im zweiten slot noch einen kusel das wird so oder beide ohren geupgradet echt was machst du daraus was wird das für ein deck und aqua war mona nicht willkommen im stream schön dass du da bist ich hoffe es geht dir gut so dann kommen wir zu duckys dritten pre-con der hat sich alle vier geholt ducky eins ehrenmann morgen morgen werde ich deinen commander aufmachen eifel yiti na wir gucken mal wann wir das machen aber ich denke mal morgen wir haben ja sehr viel zu öffnen ist ja wirklich unglaublich wie habt ihr so viel eingekauft das ist ja verrückt weil du arbeiten bist wenn du nicht da bist würde ich ungern aufmachen also ich würde es auch aufmachen aber ich würde es ungern aufmachen wir gucken mal ich habe erst mal genug andere leute noch in der pipeline wenn du nicht da bist dann werden andere sich bestimmt freuen wenn ich deren sachen aufmachen weil wir haben jetzt ja alle ein bisschen gewartet so ist es ja nicht so damit ist das vampire deck weggepackt und ich meine ihr merkt was die das volumen sinkt halt einer der gründe warum ich 1000 mal schlauer finde euch das in kleinformat zu schicken weil was ich wegschmeiße schmeißt ihr sonst weg also dann kann ich auch hier einmal wegschmeißen und ich verschickt dann entspannter so jetzt aber zum nächsten booster da ist das dritte von vier vom guten ducky daumen sind gerückt wir gucken mal und ne mythic rare myko tyrant ja moin dickes gz ducky also aus dem sample pack aus dem sample pack fühle ich und noch nen bartholomeo day sehr schön also das ist gut das ist ein sehr guter hit also den wollten wir dazu legen zack und der erst mal eine richtige also du hast schon besser getroffen als ich mein freund ne ja eifel ich bin den ganzen tag hier am start ganz auf entspannt also das ist wirklich ein guter hit schöne mythic rare also for free bei nem pre con guck mal was in deinem vierten drin ist so das ist der brief dann holen wir mal wieder hier das deck raus das ist müll so dann hier den kram rausholen da haben wir das booster den lebenspunkte zähler brauchen wir nicht und ich bin auch immer wieder fasziniert davon wie viele leute so richtig old school noch sind und bei sealed events ja die lebenspunkte noch mit dem stift und zähler machen seid ihr auch so geilste hit fürs dino prekon während 10 wenn gischa des gischa des ja wir haben noch ein ganzes display vor uns von ducky ducky hat noch ein ganzes display vor sich das liegt hier so dann haben wir deine dinos ready die freuen sich zu dir verschickt zu werden und guck mal leute nur mal so als beispiel das sind jetzt die vier prekons das ist für mich halt tausendmal angenehmer und für euch am ende auch wenn ich sowas nur verschicke und ich das ganze prekon weil das nimmt jetzt so viel platz weg wie ein prekon wie eins vier stück wie eins vom platzfaktor das ist ein unterschied aber wir haben hier noch ein sample pack das letzte sample pack ich drücke nochmal die daumen ne eine mythic rare hast du schon gehittet am ende hätte ich deine display hier decks nehmen sollen weißt du na guck mal ich drücke die daumen wir gucken mal so was haben wir hier und noch einen high king raptor den habe ich auch gezogen und einen earthshackered redmau das ist ja das ist ja eine copy paste eins zu eins dasselbe was ich gezogen habe da weiß man wer es gedruckt hat aber es ein schönes artwork also die artworks sind mega schick also auch vor allem die foilings ne schon schick so ist geschläuft dann earthshaker als ankommen so das war jetzt die ausbeute aus den prekons lassen die vier prekons plus die vier sample packs das stelle ich mal beiseite und dann haben wir hier noch das ducky display ein dodo ducky display und das seht ihr im nächsten youtube video falls ihr bis hin geschaut habt genau meldet euch im chat haut rein euer xeno